Aufwachen Gunner Okay, aussteigen, aussteigen, aussteigen Das hackt nichts ab Oh scheiße Später Fallschirm, später Fallschirm Ah, geschafft 25 Kills hab ich mit dem Piloten Ja, hallo Weiter so, weiter so Der hat jetzt auch mal eine MP40 in der Hand Hallo, die Waffe hab ich auch noch nicht in dem Spiel, glaub ich Zumindest nicht in dem Spiel Der Kampagne Oh, Tame, kann man bei dir mitfahren? Ja, rein, 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 rein Nice Luftwaffe ist hier, außer Unterstützung Oh, das bin ich Oh, fuck Das bin ich im Commander Ich geh mal als Fahrer rein So, sag mal an All yours Aktuell, ein Stückchen nach vorne links Da hast du ein Bild langsam, langsam vorsetzen Halt, 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 halt Wir haben rechts ein Tiger Wir haben rechts ein Tiger mit Boah Fahrst entlang Feindbomber unterwegs Aus dem roten Kreis bitte raus Ich fahr so lange vor, bis wir aus dem roten Kreis raus sind Wir haben noch Zeit Unser Motor ist aber böse beschädigt Ja, ich weiß Ja, das ist ganz schön Mitbekommen Ich glaube, ich habe meinen Co-Piloten mit hier drin im Panzer Der ist Lohda Meinrad, nice, ja Strassel, Herr Strassel Links von dem Punkt Alles voll In der Windmühle Der Tiger rechts, Alter Rechts von der Windmühle Jetzt Verschwendung an den Einträgen Guck mal, da kommt ein Truck voller Typen an Was zum Teufel passiert hier? So geil, Mann So geil Was zum Teufel passiert hier bitte? Selten gesehen Aber mache ich auch Aber nochmal zu mal wieder Das funktioniert halt auch einfach Geil Es ist der Flammenwerfer-Trupp einfach der da reingefahren ist mit dem Truck Sollen wir da mitpushen? Aktuell Oh, wir brennen, wir brennen Bring uns mal hier raus bitte Das geht ganz schlecht nur noch als Fahrer Vorwärts Ja, ist wieder klar bei mir Bei mir auch Okay, still, 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 still Wobei, wir bringen uns weit hinter den Tiger Wir bringen uns weit hinter Wir wollen dem Tiger Rückendeckung geben Ach fuck, wir stucken hier Nein, da uns ist Infanterie auf jeden Fall Boah, links einlenken, nach hinten links und dann rückwärts Strasse Hinten vor uns, vor uns auf dem Tiger Auf dem Tiger Alles gut, deswegen wollte ich den Tiger Rückendeckung nehmen Der hat ihn getiebeckt Hätt ihn gefressen Aber er hat ihn getiebeckt Auf dem Tiger Rückendeckung 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 Auf dem Tiger Rückendeckung